Oh, mal sehen. Kyubimon. Blödes Viech und Silohomon. Mein liebes Viech, nein, du bist nicht blöd, du seht alle bö, nein, seid ihr gar nicht. Nur Paternum ist tof, das ist mir zu schwach. Aber okay. Und da ist es wieder. Ich habe nachgeguckt, wie es heißt, ich glaube es war Agunimon oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es total stark und ich liebe es. Ich liebe den Adikation, ich liebe dieses Viech. Ich hoffe, dass es viel... Oh Gott, das war ja gar nichts. So, ich will nicht verlieren, ich hasse es. Ich bin so ein Schwachkopf. Natürlich passiert mir das immer, immer zuerst Fail und ey. Gott, das ist so typisch für mich. Okay, ist nur nichts verloren, ich kann noch gewinnen. Hoffe ich zumindest nicht, ich kann noch gewinnen. Ich hoffe es, ich hoffe es. So, Frostcutter. Okay, komm schon. Hab ich nicht noch irgendetwas zum Heilen da? Ich hätte da auch noch einkaufen, ich hätte das auch noch kaufen sollen. Weil wenn das jetzt die Nuchenmon überlebt und ich ihn nicht hochhiebe mit dem Item... Ja, er hat überlebt. Oh, ganz knapp, ganz knapp. Aber okay, das reicht. Item. Powerladung. Gott. Glück gehabt. So. Na, da hab ich noch mal Glück gehabt. Das ist, ja... Da hab ich wirklich noch mal Glück gehabt. Dann benutze ich wieder Masterfire. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. Noch zweimal ungefähr. Zwei Techn... Mh, das wird knapp. Soll ich noch einen? Ja, ich glaube, ich benutze auch noch die zweite Powerladung. Ähm... Ja... Ich hoffe, dass ich das jetzt noch hinkriege. Das ist so typisch, dass ich verkacke. Also solche Spiele... Ne, allgemein zocken ist eigentlich nichts für mich, weil ich immer verkacke. Jawoll, gut gemacht, die Nuchenmon. Jetzt abgewehrt, das ist schon mal was. So wie der Frostcutter. Also, ich bin eigentlich total... Ich kann überhaupt nicht zocken. Eigentlich. Ich weiß auch nicht, wieso ich das mache. Das ist wahrscheinlich alles erknallt schuld. Nein, nicht wahrscheinlich. Es ist so. Naja, gut. Aber ich schaff's noch. Auch wenn ich schon so einen blöden Fehler gemacht habe und dann noch die DNA-Digitation. Das ist keine gute Idee. Nein! Oh Gott, das war wieder falsch. Bitte sei einfach tot. Bitte sei tot. Ja! Ah! Guckert! Huh! Ah! Gut! Ha! Gewonnen! Ha! Ja! Gott! Huh! Ah! Ah! Ja! Dinomonomonus 716! Oh Gott! Oh Gott, das ist toll. Und Kyubimon ist auch nur bis 16. Huh! Ah! Glück gehabt! Oh Gott! Ah! Doch, mich gefällt! Ich hab's gepackt! Ich bin so gut! Ich bin so toll! Auch wenn ich Fehler gemacht habe, bin ich so toll! Woohoo! Wow, Kid! Du bist gar nicht so schlecht! Ach, halt's Maul! Ich bin Impa! Ich werde die Welt beherrschen! Zur Belohnung gebe ich dir dies! Oh, Cyclus! Super! Ich habe die alte Klo! Alte Klo! Okay! Bring das zum Scizolider! Dann wird er mit dir kämpfen! Okay! Hey! Danke, Master Tirano! Scizolider ist knallhart! Sei auch sehr gut! Ich hoffe, dass er nicht so knallhart ist! Hm, okay! Mal gucken, was wir da bekommen haben! Item! Ich hoffe, so alte Klo! Klo, es hört sich wieder sehr stark nach einer Waffe an! Ähm, ja, alte Klo! Klo mit historischem Bestien-DNA! Hm! Hätte ich doch toll an! Also, ich würde sagen, ich rüsse das mal aus! Aha! Wieder verklick! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich habe es heute echt nicht so mit... Also, wenn du dir das verspreche ich mich dauernd! Oder ich verklick mich dauernd! Oder sonst irgendwas! Naja, gut! Mal sehen, ob das gut ist! Heute Klo kann ich nicht ausrüsten! Ja, vielleicht war es die falsche Hand! Mal gucken! Hm, okay! Vielleicht kannst du ja Renamon zagen! Ansonsten, Patamon gebe ich das jetzt gar nicht! Ja, ich mag Patamon nicht! Tut mir leid! Und nein! Die andere Hand! Auch nicht! Welche Freude! Also bringt mir das wohl erstmal gar nichts! Ich denke nicht, dass Patamon auch noch zagen kann! Ich würde es gar nicht versuchen! Was soll's! So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal zurück! Nach Sizer City ins Inn! Abspeichern auf jeden Fall! Und dann gucke ich zuerst mal, ob der Sizer wieder in Sizer City ist! Ansonsten muss ich wieder zu diesen blöden Scheiß-Suinen da! Juhu! Aber okay! Was soll's! Wenn es sein muss, muss es sein! Ich hasse es! Naja, okay! Nicht aufregen! Nicht aufregen! Ich bleib cool! Ja, ich freck mich nicht auf... Nein, nein, nein! Ich werd mich nicht aufregen! Und weh, ich schaff den Sizer City ins Halsolida nicht! Dann werd ich wirklich böse! Bei denen hat... Aknei... Ja, Aknei ist ja schon einiges weiterer als ich! Der, ja, das Spiel nicht let's playt! Und der hat ihn, glaub ich, auch beim ersten Mal geschafft! Und das wird mich jetzt auch wieder total aufregen! Aber okay, egal! Ach ja, stimmt! Ähm... Den hier Technikladen, das wollte ich auch noch nachgucken, was es jetzt so bedeuten hat! Was es jetzt damit auf sich hat! Ich glaube, da müsste ich in dieses Digimon-Labor da... Aber soweit ich weiß, gibt es ein Piximon in Psyro City, das praktisch dieses Digimon-Labor ersetzt. Also da... Der hat die gleichen Funktionen! Das guck ich mir auch gleich mal an! Und ich hab Schluck auf! Ganz toll! Ich hoffe, das hat man jetzt gar nicht gehört, wie ich jetzt rumgehickst hab! Aber naja, okay! Wir sind wieder in Psyro City! Ich hoffe, der Psyro-Leader ist wirklich nicht so stark! Auf den hab ich jetzt wirklich keinen Bock! Was ist das? Ein Argomon! Wo kommt denn das her? Ja, hi Kumpel! Heute hab ich genug zyniert, bin total fertig! Ja, okay... Schön für dich! Zuerst mal ins Inn! Ich denk, ich werd wieder zuerst mit Kortomon kämpfen, beziehungsweise mit Dino-Hummon! Und, ähm... Wenn's geht, wieder Pateromon nicht benutzen! Das ist mir einfach zu schwach! Ich hoffe, dass es dann später richtig stark wird! Und, ähm... Oder, dass daraus wenigstens gute Digitationen kommen! Aber naja, was soll's? Also, was wollt ich nochmal? Genau, zuerst kaufe ich mal... Na, das war's Falsche! Ich wollte jetzt noch Power-Ladung kaufen, das ist jetzt der Waffenladen! Weil diese zwei Power-Ladungen, die haben mir ja richtig geholfen! Ich denk, diesmal kaufe ich gleich zwei! Lieber ein paar zu viel als zu wenig! Da, Power-Ladung! Nein, nicht elf! Obwohl... Wisch! Kostet eins, zwölf Bit! Okay, dann kaufen wir elf! Wenn es so billig ist! Also, okay, das ist jetzt Quass! Das bin ich gar nicht gewöhnt! Also, ich musste mal mein ganzes... In Digimon World 1 musste ich mal mein ganzes Geld für solche... Dinge... Äh... ...versauchen! Und hier ist es so... ...spottbillig! Und da ist noch ein Gilmon! Wom sind hier plötzlich... ...neue Viecher? Hm, hier riecht es aber gut! Heute Abend gibt es Pizza! Ja, Pixar-Pizza! Pizza! Was willst du mit der Pizza? Okay, verstehe! Nicht American Pie, sondern American Pizza! Naja, viel Spaß! Ah, da ist ja schon dieses Piximon, von dem ich erzählt hab, wegen den Techniken, das guck ich mir jetzt noch mal an... Digimon tauschen, digitieren, Digitation... Äh, äh, Digitation machen wir mal! ...Kotemon... ...mh, Kanhain... ...viele Flat-Bewegungen... ...okay, das ist was anderes... ...dann das zweite, digitieren... ...wieder Dino-Human... ...aah, Technikladen... ...Dino-Human... ...Dino-Human... ...Hitcutter... ...ja... ...Lad... ...Äh... ...irgendetwas verändert... ...aber zuerst speichern wir ab... ...Ähm... ...naja, gut... ...so, ich hasse das Speichern hier, das dauert immer so ewig lange... ...ich verstehe nicht, wieso das so lange dauern muss... ...also, wenn... ...ich offline sonniere so und dann abspeichere so, wie man hier sehen kann... ...die habe ich auch vorher abgespeichert... ...dann spule ich immer gerne vor... ...weil mir das einfach zu lange dauert... ...ich verstehe nicht, wieso das so lange dauern muss... ...aber die Musik ist toll... ...down, da, down, down... ...obwohl, das kommt mir so ein bisschen so vor... ...die Musik als ob, ähm... ...ja, als ob so eine Telefonwarteschleife... ...als ob wir irgendeine Versicherung angesufen hätten und... ...jetzt uns diesen Mist anhören müssen, weil wir natürlich... ...weil wir unbedingt Geld abzocken müssen... ...aber okay, wir spielen Digimon und suchen keine Versicherung an... ...da ist so sehr entspannte Musik, okay... ...so, ähm, soweit ich... ...ich glaube, der Scizu-Leader müsste hier oben sein... ...da ja hier dieser Kerl gesagt hat... ...hier da... ...dieser Leader ist ein Totney, okay... ...der hat er am Anfang gesagt, dass er in dem Protokoll zu ihm ist... ...und vielleicht ist er jetzt da... ...ich hoffe es mal... ...ja, da ist der Kerl schon... ...okay, ähm... ...ähm... ...okay, einfach los, einfach so los, einfach so los... ...ich, ich faus einfach mal, ich werd nichts mehr umstellen... ...einfach so los... ...hey, du bist der... ...ja, ich bin der... ...Scizu-Leader, ich habe Master to Samo besiegt... ...und wie, ich hab den total weggepwned... ...wirst du mit mir kämpfen? ...das muss doch jetzt eigentlich ne Frage sein... ...aber da war dann auch so... ...nach egal... ...ähm, aha, du hast die alte Quale... ...also los, fang an! ...ja, ich mach dich fertig... ...so, ab geht's! Ich hoffe, dass ich diesmal nicht so viele Fehler machen werde... ...wait, jetzt ist mal tolle Musik... ...Techno, Techno, Techno!